Guten Abend liebe Freunde und herzlich willkommen zur vierten Folge von Let's Play Garry's Mod, Zombie Rush, Schrägstich, Evac, Evac, Creation, Müll. Wir sind, das Boot hinter uns hat sich anscheinend davor verpisst, also es war schon die ganze Zeit weg, ich bin wieder da mit Silent Crafter. Hallo Jhin. Wir haben hier kurz Auslösung gerufen, wir haben wieder null Munition zum Nachladen. Und da drüben habe ich mein eigenes Poster gesprayt. So, ich nehme an, wir müssen... Senpai! Ne, Senpai ist im Moment nicht, warte mal. Hier sind die Schiffen runter. Kawaii, also so. Oder ne, 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 Senpai, ach, weck mich doch. Oh, was sind wir denn hier? Sieht ja voll schön aus hier. Okay, da sind wir, das ist der Einland, da sind wir. Nö! Wir können irgendwie vorhin. Hallo. Was heißt, die können wir eigentlich verprügeln? Guck mal, die kommen ja voll wenig, oder? Ja, das war... Guck mal, die können wir eigentlich wieder prügeln. Das hat sich voll gelohnt jetzt, weißt du, da ist überhaupt nichts. Eigentlich können wir uns ein bisschen erfreuen, ja. Naja, gibt er dir gleich eine Stelle. Egal. Okay, hat mich jetzt... Guck mal, wir sind mal nicht getroffen. Ähm. Bums. Einfach nur vier Schläge. Ne, fünf meine ich. Ja, die schlagen halt immer... Au. Ja, das war... Also, die brauchen für uns zwei... Heim, wollt ihr cool sein? Äh. Das war... Das fand ich jetzt, äh... Weißt du was? Wenn viele kommen, tun sie wie einfach alle niederbannen. Ja, wir haben ja... Ist ja nicht so, dass wir auch trotzdem ein paar Waffen haben, also... Philadelphia, oh. Philadelphia. Ja, okay, dann machen wir mal die Tür hier nicht auf. Die brauchen wir nicht auf, Mann, ey. Wenn da wenigstens Munition wäre oder so, oder? Also, wenn ich mal die Munition vom letzten Mal mitnehmen kann, das irgendwie so eine Map speichern. Ja, wie der aushält, einfach. Leck mich einfach. So. Ah, lass sie leben. Wir können auch wegboxen, oder? Oder... Ja gut, oder auch nicht. Ja! Überlebt ruhig nicht, Schott. Äh. Oh, das waren auf jeden Fall sehr viele. Hallo. Was ist das jetzt, Alter? Ah! Der macht ja sehr lustige Spreuzel. Alter, ich muss gerade husten, ey. Mann, hört man überhaupt nicht. Aber wie... Okay, die können wir jetzt echt wegprügeln. Warte, warte, lass sie jetzt hier rauskommen. Düm, 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 düm. Dann blocken wir uns nicht gegenseitig. Ups. So ein, nach... So hintereinander, immer abwechseln. Baff. Jetzt ist er bara auf dem Kopf, ne? Ja. Jetzt da... Ups, Alter. Abwachsen. Nein, weißt du was? Kommt mal, alle mal. Ohne Spaß. Ihr könnt mich echt alle mal. Einen Schuss habe ich noch. Oh, Pistole, Muni. Ja, ich mach jetzt auch mal hier ein, auf Waffen-Style. Das reicht jetzt, also... Geht ja gar nicht. Hier ist nichts. Das ist... Ah. Klar. Wir rennen jetzt einfach wieder durch. Dann kannst du dich so am Arsch decken. Hallo. Ist hier Muni? Oh, da ist Schotzen, Muni. Ich übersehe sie einfach mal, wo sie vor mir war. Weil ich glaube, vielleicht ist da drüben irgendwie Muni. Ähm, ja. Hier ist leer, da ist leer. Ja. So, alles in Ordnung. Keine Muni. Hier Muni. Nee. Oh mein Gott. Die schlafen haltet, wir müssen leise sein. Okay, warte, warte, warte. Okay, warte, warte. Nicht, nicht, tötet sie mal nicht. Schleichen wir uns an dem vorbei. Ja, ich denke, ich bin sein... Einfach, einfach in Ruhe lassen, fertig. Das geht sogar. Das ist doch geil. Äh. Oh, Lieb, Lieb? Bist du Lieb? Schon mal vorbereiten? Oh, you're a kid. Der lacht mich aus, okay? Der hat sich eigentlich nichts gebracht, um ihn zu töten, ne? Weil ich meine, der könnte dich hier durchlatschen. Ja, vor allen Dingen hätte er uns vielleicht helfen können, weil wir weiß, was jetzt gleich kommt. Ja, aber ich bin eh immer Teamkiller, ne? Ich bin eh ein Bandit. Ja, ja. Habe ich schon gemerkt. So. Nee, komm weg, nee. Du hast halt die reinste Muni wahrscheinlich, die ich gerade gemacht habe. Nee, du schläfst bitte weiter, okay? Ja, was soll's. Mach mal mit. Keine Muni mehr. Ah, geil, ich bin leer. Ehrlich. Ey, wie viel aushalten? Alles klar. Ist aber ein Witz. Oh, hier ist doch nur eine Schode, Muni. Ey, du. Ich will ja nicht sagen, aber das hier ist genau der gleiche Gang, wie bei Abdukirchen. Ja, ja. Ey, hier liegen wir wohl auch Muni. Secret, mein Amo. Aber alles... Ja, genau. Da ist der Eingang. Da, wo wir sonst herkommen. Ach ja, wo wir immer wegrennen mussten, weil wir diese Vaccine an ihn weitergegeben haben. Na, wo die Typen uns... Verfolgt haben. ...einmal abgeschossen haben. Ja, anschießen. Ja, ja. Wir haben ihm ein Vaccine gegeben und dann wollten wir weitergehen, da wollten sie uns abknallen. Ja. Ich glaube, hier könnte vielleicht Muni sein, oder? Weil hier ist schon so eine... Ach, dann leck mich doch. Ne, jetzt nicht. Ja, wir kennen ein bisschen die Map. Ja, das finde ich auch geil. Das ist so... An beiden noch 100 HP. Oh, Alter. War keine Muni mehr. Von Angst, ich regle das hier schon, weil ich bin der Vater von Chuck Norris, angeblich. Jesus Christ, I just realized, you're not easy at that point. They said they had an experimental Vaccine in there. Ja, genau hier! Ja, Mann. Hier ist es. Weißt du was, gib mir Scheiß auf die Pistole. Heilige Makaroni, wie viel Muni liegt hier rum? Okay, warte, ich mach das hier, äh... Guck mal hier, Muni! Sagen wir nicht, die kann ich nicht mitnehmen. Doch, kannst du. Oh, aber... Dafür muss ich meine Pistole wegwerfen. Geil, dass man so viel Muni hier liegen hat, aber ich weiß, was das heißt. Das bist du, ist ein Rebell, okay? Ja, hier... Oh, hier ist Schrotflintenmord. Alter, hier ist Dynamit. Das können wir nicht nehmen, schade. Ja, weißt du, hier liegt noch eine Dingens. Eine Granate, nimm sie mal. Nimm die Granate! Wo ist die Granate? Äh, tue ich noch um. Oh. Was hab ich denn grad... Ich hab schon wieder irgendein Zeug eingeladen. Egal, hier liegt eine Granate. Weißt du, was das hier drin war? Was? Das hier eben drinnen starb, irgendwelche... Ich glaub, Vaccine ist das vielleicht. Hier ist Revolver-Muni. Hast du die Revolver noch von dir? Ja. Immer mit. Alter, wie viel. So schön. Soll ich alle nehmen? Ja, nimm alles. Ich hab keine... Ich nehm die Pillig-Pistole. Hä, wo geht's jetzt weiter? So, erstmal gucken, ob alles nachgeladen ist. Ah! Das ist ja, wir müssen das Dynamit hier nehmen. Und da drüben hinwerfen. Ich schieße mal drauf, weil du hast weniger Muni. Ich muss mich verarschen. Achso, da, warte. Okay, jetzt C4. Es gibt Action! Bam! Und dahinter ganz viele Zombies. Ja, ich wusste es. Die Muni hat einen Grund. Ich muss hier aus Sicherheitshaben meinen Spellog hinpacken. Nein, es wurde hier angeblutet. Das ist nicht cool. Äh. Nach, 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 nach. Wozu hab ich ne Pistole, Alter? Hier liegt noch ne... Äh, ich dachte schon, dass du ne Granate. Das ist doch voll easy. Ja, wie ich's mir schon gedacht hab. Der erste Teil ist der Schwigelfiebe gewesen. Die hier sind ja noch machbar. Auch vor allem vor ner Muni hier, also. Spawnen die überhaupt hinter uns eigentlich? Ja, die sind von hinter uns! Schneller! Schneller, schneller! Los, 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 los! Nein! Nach, 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 nach! Los, los, los! Wo ist das? Okay. Ja. Oh, da, Alter! Was'n Arsch! Steht da um der Ecke. Bo, 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 nach, nach! Ja, richtig, genau. Ja, schön. Okay, hinter uns sind sie aber nicht mehr so richtig da. Das klang ja so aus wie ein falsches Deutsch, Alter! Sind sie nicht mehr richtig da! Oh, zwei Schuss noch? Immer deine SMG oder so. Oder deine Schrubbhinte. So. Bam! Weiß was! Deckt mich. Oh, auch ne gute Idee, ja. Sag mal, ich mach das auch. Ne, ne, mach das nicht, mach das nicht! Soll ich viel später aufnehmen? Ja, viel, viel später. Äh, ne, ne, ne! Krabbler, krabbler, krabbler! Oh! Ah, egal. Reicht noch, ne. Leben. Ich weiß ja nicht, was hier noch alles kommt. Okay, hinter uns kommt einer. Was? Bin tot. Okay, ich... Narsch. Nein! Ah, scheiße, ich wollte durchrennen. Okay, aber... Wir sind gut vorangekommen. Krass. Jetzt nur Headshuster passen, okay? Ich bin ein Typ mit SMG-Lesson, lass mich einfach am Leben. Weißt du, ich mach das so, ich spiel nur mit Schruflin und du mit SMG. Okay, okay? Ja. Also, falls wir bei der SMG ankommen. Dann kannst du mit deinen Schruflinte droppen, dann haben wir noch mehr Muni. Ja, dann machst du so kalt, okay. Ja, komm, halt doch fünf Schläge aus. Okay, ich hab jetzt schon mal... Okay, deswegen gehst du auch noch gerade. Ja, die sind... Kannst du ja machen. Oder Fisten, ja. Schon Fisten, ey. Mobbing! Okay, Alter, jetzt den Weg stehen, warte mir. Ey, es ist so Wahnsinn, ne? Es ist so ein dummer Wahnsinn. Ich denk schon, es geht nach draußen. Okay, dann geh ich nochmal an vorbei. Die Säcke, diese toten, nutzlosen Leichensecken. Ach, lass dich einfach umbringen. Lass dich einfach umbringen, komm. Bring dir nix mehr. So, ich hab ne Idee, wir locken aber die Toten... Ne, nicht die Toten, ja, genau. Wir locken einfach die Zombies und werden in den nächsten Raum rein, fertig. Na so, ja. Komm, wir locken ihn einfach in den nächsten Raum rein, fertig. Ach, geh doch aus dem Weg. Aus dem Weg. Aus dem Weg. Ich sagte, aus dem Weg. Aus dem Weg. Ey. Ja. So, die... Ach so. Ja, klar. Ey, das trägt so auf. Das macht mich grad so aggro. Du hast mir grad so den Arsch gerettet, Alter. Ja. Guck, diese Leichensäcke blocken einen. Ich bin tot. Ja, ich mach eher tot. Upp. Oh Gott, ich schaff hier jetzt nicht mehr. Weißt du, wieder. Erster Versuch haben wir gemacht. Ja. Ich schaff so easy bis nach vorne. Das ist immer so komisch bei mir. Ja. So. Jetzt aber. Oder wir müssen uns immer abwechseln, äh, dass der und der sich um die Zombies kümmert. Zum Beispiel, dass du die jetzt machst oder so. Und ich um die nächsten Ecke die. Oh ne, ich hab im Schuss der Ballert. Wobei. Bringt dann eigentlich auch nichts. Wenn du dann keine mehr hast, dann ist das auch unnötig gewesen. Der will nicht sterben, der Penner. Ach, stirb. Oh. Ah, ich sterbe. Oh. Nicht schießen. Ja, quatsch. Nicht auf mich boxen. Ah, keine Muni mehr. Ey, ich fahr das nicht. Na komm, was soll's. Tja, kannst dich nicht entscheiden, wen du schlagen willst, wa? Ich hab den Zorn wieder vor einmal in den Rücken geballt mit der, äh, mit der Pytho, wollte ich schon sagen, Alter. Die wäre, glaub ich, stärker. Ne, die merken nicht so viel stärker. Der andere, der eine blockt dich nicht. Sonderlustige Kombination. Die lock ich einfach. Komm mal zurück, komm mal zurück. Die lockt einfach alle in den nächsten Raum rein. Fertig. Genau. Da würde ich auch vorschlagen. Hast ja bestimmt gemerkt. Ganz sicher. Ja, würdet ihr dann mal gucken. Ach, kein Bock, du hast so lange zu warten. Oder geh aus dem Weg. Ja, ich ist vorbei. Ich sogar noch einen Schuss. Ach, gib mich doch, alle lecken. Alles meins, ja. Ja, vier Heldschutz, okay. Kein Problem. Sei halt nicht verbar... Schau drauf, einfach. Hier ist Schruf in der Monie. Ja, nimm. Ich hab keine... Ich renne jetzt nicht nochmal zurück. Ich... Also, nee. So. Was blockt ich denn, alle? Ich wär fast zu Tode gebrockt worden. Durch. Weg noch... Ey, renn einfach vorbei. Ren einfach durch. Wozu? Ja, steht doch alle auf. Schlaft oder schlaft einmal weiter. Du bleibst schön am Leben, alle. Du, ich geh noch mal was. Ja, du... Dich lassen wir diesmal. Ich geh noch was? Ne. Das sind... Die weißen, weil die schreien wie im Hintergrund. Der wird rumgebrüllt. Ach, bleib doch. Bleib liegen. Unspaß. Ey, Moni, Alter. Ich fass es nicht. Man. Ich kann nur noch... Ich kann nur noch zufällig. Komm mal zurück, komm mal zurück. Komm mal zurück, 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 zurück. Und nimm einen Pissola auf. Genau. Komm, lass den Typen das machen. Ja. Ey, Kollege, du hast hier was zu tun. Aber wir müssen dicht an den Dramm lehren. Oder kommen die auch so? Ja, die kommen. Das heißt, dann behalte du die Pistole, spiel ich dann später mit der Revolver und Schroffel, wenn du spielst Pistole und Maschinengewehr. Genau. Okay. Kann ich den irgendwo schieben? Nee. Nee, geh, geh, komm mit. Ähm, kommt hier. Wir müssen die herlocken. Warte, ich lockte hier her. Kommt. Frisches Fleisch für euch. Boah. Hinter der Tür, ey. Schlaf, ey. Ja, wirklich. Ich glaube, die spawnen eh immer neu. Die spawnen, glaube ich, eh immer neu. Also bringt das nichts. Soll ich aber nicht? Du, du schläfst weiter, okay? Ich sag, du schlafst weiter. Du stirbst, du stirbst. Wir kriegen eh keine Muni. Ist der Typ halt unendlich, Muni, ne? Anstatt, dass wir diesen... Schlaf. Weiter. Dann hätten wir uns den Typen ja auch schnappen können, wa? Mhm. Soll ich mir den holen? Obwohl, hier ist ja eh Munition. Das ist ja... Das ist ja... Das ist ja HV-34. Ah, nee, ich brauch die SMG nicht. So, ich muss... Da kannst du ja gleich meine... Ja, da kannst du ja eh meine SMG aufsagen. Dann hast du noch mehr Muni. So, warte mal, da ist die Magnum. Hey, hast du... Warte, dropp da mal deine Schrubbhinde gleich. Warte. Hier ist ja kaum irgendwie... Ey. Ohne Spaß, hier ist ja gar keine Schrubbhinde Muni für mich, ey. So, ich nehm mal dann die ganze SMG-Scheiße hier. So, das nimmst du alles. Also das ist Pistole. Soll ich Pistole dann aber nehmen? Warum kann ich... Ja, ja. Problem ist, du musst hauptsächlich kämpfen. Na, du hast nicht so viel, ne? Ne. So, ähm... Der schläft? Sind wir so weit, oder? Oder hier, äh, hast du denn ne Granate? Hier, nimm ne Granate. Ah, genau. Okay. Hier ist übrigens die Magnum. Ich weiß, aber da ist eh nichts mehr drin. Das ist eigentlich unnötig. Geh lieber nicht zu dicht dran. Oh mein Gott. Spieß mit deiner Standardpistole. Ja. Solange es nicht übertrieben ist. Komm, ich mach mal ein bisschen mit hier. Wir müssen ja wirklich hier schnell durch, weil es ist Bondi mit dem Hintergrund im Hintern. Okay, jetzt hat es schon mal gut geklappt. Nachladen. So. Ich glaube, wir müssen auch immer da haben, wenn jemand nachladen muss. Ich hoffe... Ich lade nach! Sind wir jetzt bei Rainbow Six oder was? Ich lade ein neues Magazin! Ich hoffe, dass diese Hintergrundmusik keine GEMA-Musik ist. Aber ich lade eh schon so oft, Alter. Wenn mich da jetzt die GEMA rausschmeißt... Ne. Ne, 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 ne. Das, das... Da... Dann nutze ich lieber meinen Standard hier. So, ich will ja nicht die ganze... Nämlich die Furzgeräusche im Hintergrund einblenden. Oh, das ist ein guter Nachladen hier. Äh, ja. Du, ihr verpisst euch mal. Oh, hinter uns? Ja, das ist egal. Ja, egal. Das ist okay. Hoppala! Die kann ich hier am Leben lassen, ey. Oh. Ja, klar. Überlebt noch mehr, Alter. Geht das tot. Hier hinter uns ist noch eine Ahnung soweit. Ich hab eine Idee. Jetzt nimmst du deinen SMG. Nimm deine SMG. So. Okay. Reicht das mal? Ne, ne. Spiel einfach so lange, bis wir durch sind. Das macht sonst hier nix. Naja, noch ist ja mal... Also, mein Pistole ist eh gleich, Alter. So, schmeißt du wieder eine Granate, oder? Naja, ich schmeiß eine Granate. Ach, da kommt jetzt diese Crawler. Jetzt kommt die Crawler. Lass sie an den Nachteil. Ey, Crawler hat mich mit zwei Schlägen gelegt, aber du musst dich 25 Schaden machen und nicht 50. Vielleicht hab ich einfach weniger AP gehabt und hab das nicht gesehen. Okay, ich pass mal auf... Ich pass auch mal noch auf hinten ein bisschen auf. Nee, nee, brauchst du nicht. Ja, wir kommen hier durch. Und da ist ein Crawler. Kleiner Pisser. Ja, von hinten kommen die aber scheiß auf. Durch! Durch! Okay, ich kann er. Ich halt die hinter uns ein bisschen auf. Ja. Oh, das war eine gute Schlange. Die standen gerade alle hintereinander. Ich konnte alle weg, mit mir. Okay, alles gut. Komm. Die nächsten. Ich hab gleich keine Schrubbeln mehr. Ja, genau. Jukas. Ich kann verstehen, dass ein Zombie vielleicht ein bisschen, dass er vielleicht einen Revolverschuss in seinen Körper überleben kann. Aber dass er dadurch nicht langsam oder so mal wird. Oder weniger Schaden, weil er geschwächt ist. Nee. Ich glaube, wir haben es gleich geschafft. Schmeiß da eine Granate rüber. Aber noch weiter, wenn wir weiter nach vorne sind. Noch nicht, noch nicht. Ja. Ja, ja. Okay, jetzt. Ich weiß nicht, ob sowas trifft. Ich hoffe. Ja, hat schon. Und wenn... Ich hab noch eine Partol-Munition. Ich glaub, wir müssen sie irgendwie hast. Oh, scheiße. Von hinten. Kacke. Kacke. Alter. Ich hab auch gleich keine Muni mehr. Der hat mich gewonnen. Der hat mich gewonnen, hier, Ted. Und die Revolver, weil... Weil du legst ein bisschen... Machen wir jetzt mal um... Machen wir uns mal umgedreht. Also, wir ruhig die Revolver, weil... Du kannst ruhig... Als was, nimmst du die Billigpistole. Ich nimm dann die, äh... Revolver und SMG. Du nimmst schon für die Billigpistole. Oder so. Ich lass mich jetzt schon umbringen. Komm, töte mich, ihr kleine Missgeburten. Ja, das war nebenverdorend. Du. Leute, wir sehen uns bis hier am gleichen Ort, wie das sind. Ja.